Musik Speziell im Nobota-Kopf aus der Silvastung mit der Ägypten. Ich habe das Ziel gesagt, viel Spaß zu tun und einen schönen Tour in der Ägypten zu tun. Vom Nobota-Kopf 2016 erwartet schon mehr viel Stimmung, Kampfgeist und Tippgeist. Ich komme also auf den Nobota-Kopf in der Stütze, weil ein guter Rutsch an eine neue Tour ist.